Hallöchen! Oh, Hammer! Brille ist okay, Bauch ist ja auch okay. Du siehst gut aus, mein Freund. Ja, ich bin nachher gekommen mit Elektroschlitten. Energieeffizienz heißt das ja heute und wir sind ja bei den Stadtwerken. Man muss sich aufladen, haben die aber unten alles. Ladestation technisch war alles toppy. Ja, und dann rein. Wo macht sie sein? Hier, dritte Tür. Hallöchen! Na, ich grüße dich. Ich sollte mich melden bei dir. Na klar, da komm doch rein. Also ich grüße dich, setz dich erst mal an deinen Arbeitsplatz. Oh Gott, oh Gott. Jetzt schauen wir mal. Ja, und aber Viktoria, gleich, ich musste gleich in eine Vollen. Ich musste hier irgendwas am Computer. Wir haben gar keine. Wir schreiben ja nur alle bei der Hand bei uns. Briefe, Briefe, alles. Wir machen alles per Hand und hier gleich am Computer. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß das Passwort gar nicht mehr. 1, 1, 2, Raute, 7 oder sowas. 1, 2. Ach, das ist falsch. So, guck mal jetzt so. 1, 2, 3, 4. Ausrufezeichen, Raute-Taste, hier noch Add-Zeichen. Oh, nicht so viel, das war zu viel. Und auf, okay. Das ist doch ganz einfach. 1, 2, 3, Raute-Taste. Ja, so, und da siehst du. Ja, und so ging eigentlich los. Und dann kam es Schlag auf Schlag alle. Also immer hier, da und da und kannst du mal da hinbringen und nach Frau Kluge und so. sind ganz schöne Wege auch hier hin und her. Was du jetzt machen musst, ne? Ich gebe dir jetzt diese Mappe. Ja. Das sind ja ganz wichtige Unterlagen, ne? Ja. Bitte zu Frau Klose bringen, unterschreiben lassen, einscannen und zu mir zurückbringen, ne? Ja. Hallo Mädels, ich suche Frau Klose. Ehrlich? Ich soll das hier einscannen lassen. Ich bin noch Praktikant heute. Können Sie das mal machen für mich? Ich kann das mal probieren. Ja. Ja. Nicht? Ja. Aber ich kann kopieren. Ja. Ja, sei mal so nett. Ich warte dann vor die Tür. Ist das okay? Ja. Ja, genau. Ich warte ein Augenblick. Weil das ist mir auch zu stressig gleich so. Die sind mit Ohren. Aber ich bin dann in zwei Minuten wieder da. Hallöchen. Das ist erst nicht ganz so entspannt gewesen. Aber man muss ja auch nicht, ist ja nicht jeder Tag gleich. Hallöchen. Darf ich mal kurz was fragen? Ja. Ich muss nämlich warten. Ich mache wieder ein Praktikum hier. Und meine, eigentlich bin ich ja bei Frau Klose. Die lichtet was für mich ab. Und ich dachte, jetzt komme ich bei dir einfach mal rein, weil du so gut aussiehst. Dir noch einen schönen Tag, ne? Ciao. So, jetzt gucken wir mal, ob Frau Klose fertig ist, ne? Frau Klose ist fertig? Ja, natürlich. Dann bedanke ich mich. Du weißt, ich stehe auch ein bisschen unter Druck heute. Erster Tag für mich als Praktikant. Und Viktoria ist auch nicht einfach. Und Leckereien haben die. Das liebe ich ja hier so. Hammer. Auch nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. War anstrengend. Neu. Viele neue Sachen. Drucker technisch kannte ich gar nicht. Gar nicht. Was da für Dinge rein. Da legst du was rein und kommt hinten alles wieder raus. Start, Stop, Stop. Wie geht das Ding überhaupt auf? Oha, jetzt habe ich es hier schon mal. Ja, 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 ja. Hammer. Hier geht das rein und hier kommt das raus. Ist ja einzigartig. Hallo. Das reicht. Ja, und Viktoria, die ist sehr hübsch. Sehr hübsch, aber anstrengend. Das muss aber unter uns bleiben. Machen wir mal hier weiter. Guck mal. Eine neue Ausgabe unserer Kundenzeitung, Neues, ist ja noch Vordruck. Wir müssen ja erst mal durchlesen und Rechtschreibfehler raussuchen und korrigieren. Genau. Also ich würde dich bitten, das einmal zu lesen und vielleicht zu korrigieren. Und wann ist Pause? Wir haben ja erst gerade angefangen. Ja, aber wir müssen, wir haben oben immer Pause. Familienfreundliches Neues wie, die machen Yoga. Einmal, hier fehlt das Wasser. Das muss ich, das habe ich schon mal, das Wasser. Bist du ja schon fertig? Ja. Ach so, was machst du denn hier? Ja, na, hier war... Na, das ist doch für Kinder. Ja, aber das war... Das ist doch nicht für, ne, erwachsene Weihnachtsmänner. Ach, das tut mir jetzt leid. Ja, und so war, war gut. Also man muss sich reinfinden. Ja, ein paar Dinge sind ganz schön langweilig, so... Bildmotiv nehmen. Also jedes Jahr brauchen wir eine Kalenderklappe. Und das ist schon mal so ein Vorschlag. Du, lieber Weihnachtsmann, was meinst du dazu? Ja, Hammer. Hammer. Was machst du denn da? Hast du überhaupt zugehört? Ja, schön, schönes Bild, schönes Bild. Irgendwie Schwimmhalle habt ihr geredet, über die Schwimmhalle? Ja, ähnlich. So ähnlich, aber nicht so ganz, ne? Das mit der Schwimmhalle, das war nicht einfach. Ich hab da gar nicht so richtig aufgepasst. Ich weiß gar nicht, ob die Schwimmhalle war, aber ich war auch schon kaputt. Eigentlich, die haben hier Milch. Also, ich liebe Milch. Ich liebe Milch. Aber sonst, im Großen und Ganzen, war schon Hammer. Bei der Stadtwerke geht schon was ab. Und einen kleinen Keks, das liebe ich einfach. Für unseren lieben Weihnachtsmann haben wir immer was. Sag mal, lieber Weihnachtsmann, was machst du denn hier? Wir haben jetzt gleich einen Termin. Also, was passiert jetzt hier gerade? Ja, ich hab Dicci getroffen, ja. Ja, ich glaub, die reißen ganz schön was ab hier. Also, das muss man schon so sagen. Wenn es läuft, vielleicht lassen die mich morgen nochmal einen Tag. Ich hab mich nochmal angemeldet bei Viktoria. Vielleicht kann ich morgen auch nochmal ein Praktikum machen.